Wir haben zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal wieder Bado Seh keine Konkurrenz Jeder Dislike ist ein Kompliment Und es ist egal was du tust Du bist und bleibst nur ein Konsum Bado Natürlich Auf Go gehen wir rein 3, 2, 1, Go Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja wir waren... Ich hab jetzt auf einen Neustieg gesprungen So und ich hab schon Die Folgen von anderen gesehen Die haben echt krasses Equip Also einige, nicht alle Und wir können uns schon bewegen Ich sag mir fehlen ein paar Sachen Wo ging es hier raus? Äh Ja da wahrscheinlich Wir sind alleine aus bisher Wir haben 6 Dias und Ja sollen wir weiter Dias fahren oder? Äh ich würd sagen mal Ja Und lass mal unsere Verzauber doch deine Spitzhacke Ja Warte 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 Die Frage ist wie willst du das Dann so hoch also Wie? Warte bauen wir erst mal unser Setup hier okay? Okay Also hier ist unser Ding Warum schon mal bitte öffnen Weil ich will äh gold und so alles Äh schmerzen Ja hab ich schon genug Ähm Alter wie hast du das Was? Nichts Sooo Okay Ich könnte ganz gut brauchen Ähm warte okay hier Crafting äh Twerkt baby Achso Achso Hast du laupt als auch selber laupt ist Ich hab schon wieder Auflau ist Effizienz 2 Okay warte mal Das ist unnötig Warte Schärflich bekommst du da also ich mache erstmal der ach so ja ich hab schon tag effizienz 1 und effizienz ja ja gibt zurück ich komme weiter nach dir ist okay ich schaue hier einfach kurz also ich besucht es jetzt irgendwie so zu regeln weil ich auf meiner art klar was so effizienz man weiß was ich packe kurz mit einig ist ja gar nicht mal so schlecht ja egal warte ich packe kurz effizienz drauf schauen wir was wir jetzt noch bekommen ja wir kennen sonst ja ich hab's gewusst lab hey digger 1.8 ist die größte müllscheiß auf dem planet wieso ja wir haben jetzt nur effizienz 1 ja also gesagt das geht aber halt nicht die ganze wieso gibt es dann kam mit stein spitze teile abbauen ja es ist das ja egal kommt egal warte ich für zauber kurz meine meine eisendings da weiß vielleicht bekommen wir da haltbarkeit alter was egal egal wo bist du jetzt ja das glaube ich nicht nur passiert hast du glaubt bücher 8 aber wir könnten bücher ja ich habe kein was es machen sollen so weit und jetzt ich habe ein buch weiter schauen wir mal was zu bekommen ich dann wohl große Schärfe 1 was was so auf ihn nicht geht 1 in für die zieht Prozent ich würde so als er für ja schärfe natürlich wir haben wir noch mal schärfisch wird jetzt haben wir gar nicht so schlechte sachen muss ich mal sagen oder ja geht also müssen unbedingt noch die ersten weil sonst ist alles okay und es machen wir auch noch es um den besten ich habe kurz effizienz auf meine spitzhacke die zweite halt drauf gepackt kannst du auch verzaubert wer kommt ja ich habe elf level für zauberen kurz selber er macht man schon mal teil spitzhacke bitte also spitzhacke ich suche weiter wie es ja kommt ja gleich hier legt alles auch noch mit drei lapis okay ein bisschen strip meine also ist unbedingt hier sind als er als er wenn wir keine die auskinder sind wir echt gearscht wegen den anderen und es brauchen wir noch und dann noch verzaubern können wir auch noch jup auf Bogen könnten wir alter Digger wir müssen noch so heftig verzaubern ja effizienz habe ich egal ich mache aber effizienz und man schärft jetzt ob ich auch noch schärfe rückstuhl schärfe so weißt du das Problem ist halt äh das habe ich habe schärfe rückstuhl kommen und da ist wir bräuchten auf eine spitzhacke so locken oder irgendetwas ja das ist so heftig alter okay ich brauche mal kurz teil ab ähm das kann sich so mache ich das überhaupt so äh wir brauchen oh die ah ja jemand von den zuschauern hat in die untere folge geschrieben dass wir redstone abbauen sollten ja weil hier geht es noch um ja weil es bringt nichts alles klar es bringt hier nichts ich schwib mal weiter nach 5 Jahren äh keine ideas ja was sollen wir noch machen äh heute weil ich hab kein Problem was wir noch machen sollen ja Digger keine Ahnung wir sind so schlecht wir haben so schlecht äh vorgeplant alter stimmt also wir sind einfach drauf aber es ist einfach nur aufgedrückt äh wegen seinem Typ der wir müssen jetzt eindeutig hier ein bisschen nach vorne graben dass wir auch ich schwib mal so lange weiter oh lava mit der hoffnung ich bin fast reingeflogen mit der hoffnung dass ich die ideas bin alt hoffentlich komm schon warte kurz ey ich benutze mal hier kurz mal die zweite wir sind noch 11 oder ja klar ey lava seh oh nice ey warte kurz wieso ist da hinten äh oh oh was 2 ohnehin doch doch was egal auch noch nicht doch locker äh 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 was wir warte äh doch alles klar egal äh mann ähm es wird mein so lang weiter halt ja wo und was machst du ja ich baue mich halt hier nach vorne ok ok und du schaust einfach halt in die Erde also halt glaubst dich halt rein zweitens wir haben dann eh genug Blöcke halt ja stimmt ja tut mir leid oh 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 nein so diesmal es ist neu was eine Höhle äh ja ja also dass ihr kein ideas gibt dann weiß ich auch nicht oh hier oben ach so der stimmt ich gehe schon mal ein bisschen mehr nach vorne aber nicht dass du stirbst ja chill ähm mann ey ich gehe hier irgendwo muss etwas sein ja muss alter pass auf ey unter dir ist dann Lama ne ja tschüss ich kann mir einfach mal einfach so random bleiben weil ich hab keine Ahnung mal Alter wir haben so viel Pech mit dir ist man ohne Scheiß Alter was wir haben jetzt jetzt oh da ist Redstone ich werde die anderen hacken nicht ach ach komm schon nicht wir brauchen nur paar kleine Dias okay ist ja auch schon mal Redstone wir haben schon 6 Dias haben wir Dias nice Alter wie viel sind das guck mal 2 egal mindestens irgendetwas schon man egal ein Teil haben wir schon man Alter in der Nähe von Redstone sind oft Dias ja hier war eben jetzt Redstone alles Alter Mann Alter Mann Fuck Mann aber wie ist das Schlechte Idee Alter mein Spielzeug ist schon bald kaputt Mann ja meine auch gleich egal wir haben jetzt egal mindestens 2 Dias geh mal deine Dias bitte dann komm bei mir weiter so ich ich bau hier weiter wo bist du ja ich bin gerade hier hinten wöch kurz ich glaube hier gibt es irgendwo die jetzt 15 ich bin level 15 ja ich habe eben verzaubert ja schau ich stell vor wir haben dann so digga wir brauchen unbedingt verbrennung keine ahnung wie das geht mit büchern verzaubern oder mit glück einfach ja ich hoffe ich hoffe wir bekommen so verbrennungswege sind scheiße aber es gibt echt gute kript alter ja ja mach du auch weiter ihr nehmt die es so jetzt genau acht die es da ist okay ja wir hatten irgendeine geile höhle alter ja ja wir hatten auch glück äh gestern dass ich einfach so zwei dias in Minecraft gefunden habe alter damn son finden wir hier echt was kommt jetzt zu mir wir strepen einfach jetzt einfach mal weiter digga wieso finden wir hier nicht also wie lang ist das abbaut halt ja ich weiß aber klar hast du hast du mir noch mal eine spitzhacke vielleicht ja aber halt meine ach so dann halt noch die dia spitzhacke ja dann gib mir die dia spitzhacke wir haben eines auch gleich kaputt ach so wir haben auch die neue er ist schon alles klar da schon mal nix ich dachte ich habe einen namen gesehen alter ja digga ich weiß habe auch noch mal die hallo die nachzunehmen jetzt für die dritte Zeit scheiße man ganze folge immer wieder hier unten für nix ja wir wissen halt hier im Leinwalzer es geht es nicht ich sehe ich scheiße also Eisen haben wir auf jeden Fall schon genug ja Eisen damit können wir schon anderes machen ich glaube wir müssen dann unbedingt noch zurück ich bin mal eine spitzhacke Digga was spammt da so hässlich in Skype man ach oh nicht scheiße ich bin mal eine spitzhacke ich hab kein Essen ah doch ich hab auch keine Summe alles unbedingt hoch schon hoch geht jetzt jetzt schon oder nein nein nächste Folge weil wir haben jetzt nur noch 54 Sekunden ja digga äh Minuten mach ich vier und halb äh hast du Holz? hast du Holz? ähm ja ihr macht hier bitte Craft Tape Craft Tape bitte was hier nimmselbe und hast du Eisen vielleicht? 3 Eisen oder so? heißt das? nein nein wieso gibst du mir das? wieso ja digga wenn du stirbst ist es deine Schuld ist weil du alles verloren hast alles klar ne Spaß äh wo ist das Holz? da hast du mir keine Kreuz gegeben doch hab ich oh hier hinten ist ah doch hab ich echt nicht hier nimmst oh sorry jetzt jetzt nehm ich wieder auf es ist halt immer bei mir so alter warte hier müssten irgendwo dir sein glaube ich bitte komm schon also ich hab noch Sattel hab ich alles klar ey bitte alter hier müssen doch irgendwo dir sein hast du hast jetzt Eisen für mich oder nicht? ach so hast wir ihn ja äh glaub genug Eisen okay ich brauch schon ja ja wir können schon mal zurück aber mach nicht äh äh später kaputt also ich mein Eisenspiegel äh die haben wir nicht ja das könnte äh also wenn wir das verlieren dann ja würd ich sagen dann haben wir recht hey wieso denn ja keine Ahnung so was dann wieder drei Dias und hey für was Säger stimmt eigentlich grüßt noch nicht weil ich glaube ich egal egal war also was aber nicht kaputt ja keine Obsidian den Alter war viel Pech wir haben egal die letzten drei drei äh Minuten als suchen wir noch Dias ja wir wissen dann sofort zurück aber hey wieso hey Diger weil da hinten unsere crafting table ist und alles egal äh ne und unsere Verzauberung das selbe nein habe ich genug nein das nicht doch habe ich nein doch ja ich sehe es ja und mann die Kohl ist da ach Kohl habe genug und sich nicht können wir überall finden das kein Problem alter Mann ja hey war hat wie schon noch keine Dias Alter Alter er war bei mir bis auch ein Stück Mann ja oder ja komm schon letzten zwei Minuten bitte bitte ich glaube irgendwo ist ein richtig geile Dias hoffentlich nein ich spür es ich spür es komm schon komm bei mir ist besser wenn wir zu zweit suchen wieso ich baue ich einfach gerade aus und du suchst äh also du brauchst du einfach links und rechts sein ok warte ich schau gerade hier hier hat es auch richtig viel redstone wir auch ich glaube wir haben hier etwas gut gefangen ich hoffe hoffentlich alter wo bist du eigentlich keine ahnung ich bin hier abgebogen gebogen gebogen ok ich finde immer noch keine Dias aber ich auch nicht man was sollte die scheiße ja alter wir haben übelst viel Pech das hat ja auch schon am Anfang bevor Vado angefangen hat echt mein Bardo äh haben wir schon gesagt dass wir übelst viel Pech haben werden ja nur scheiß man wir haben auch gemeint so wie wir äh privatspiel haben wir übelst viel Pech ja es ist halt auch auch ein Versuch egal komm damn digga ne es bringt nichts halt ich finde keine Dias man mein Spitz ist bald wieder kaputt komm lang noch zu mir weil bald ist die Folge hey Wotkutzi ist irgendwie ganz komisch licht reingeflossen komm komm zu mir komm du zu mir nein bei mir ist es gut hier das war kaputt Alter mein ah 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 ok alles klar warte ich auch hier gerade noch damn Alter ich seh dich nicht alter ich seh dich kaum Digga alter wieso finden wir hier keine Dias man ich weiß auch nicht alter oh ja warte hier hinten ist äh Comrade Zone die letzten Dias bitte hä hä bist du das lol wir sind alleine nein oder doch ich bin hier ganz am Anfang alter ach nee ach komm schon alter wo bist du Digga ich bin hier irgendwo hinten komm die letzte 6 Sekunden wenn ich jetzt die Dias finde alter ne nein ne Digga ist nicht mehr normal ja 3 2 ah fuck alter alter man war das scheiße man wir haben nichts gefunden ey ja wir haben nichts gefunden ja wir haben nichts gefunden ja wie schnell die Folge auch einfach vorbei war nur mit ja scheiß graben alter ach egal leute also tschau tschau tschau